Mit Nicolas de Breville verpflichtete Thomas Hengen seinen ersten ausländischen Spieler und damit auch den ersten Franzosen seit vielen Jahren. In diesem kurzen Video schauen wir auf die französischen Spieler, die beim 1. FC Kaiserslautern bisher aktiv waren. Schreibt mir wieder eure Meinung in die Kommentare und lasst uns die 1000 Abonnenten voll machen. Beginnen wir direkt mit dem jüngsten Neuzugang Nicolas de Breville. Der 32-Jährige wechselte am Transfer-Deadline-Day zu den Roten Teufeln und verstärkte die Offensive. Obwohl der ehemalige U20-Nationalspieler ein halbes Jahr vereinslos war, kann er auf seine Erfahrung aus über 250 Spielen in der Ligue 1 zurückgreifen. Zudem hielt er sich bei seinem Ex-Verein dem FC Mets fit. Bisher kam der Stürmer auf zwei Kurzeinsätze gegen den FC St. Pauli und den SC Paderborn, da einem laut Cheftrainer Dirk Schuster die Matchfitness fehlt. Inwieweit sich die Sprachbarriere auf das Einleben in der Mannschaft auswirkt, bleibt abzuwarten, doch fußballerisch scheint man sich viel zu erhoffen. Kommen wir zum wohl bekanntesten Franzosen der Lauter, Yuri Jorkaev. Der Weltmeister von 1998 wechselte damals für eine Ablösesumme von ungefähr 3 Millionen Mark nach Kaiserslautern und kam in knapp 50 Bundesligaspielen auf beachtliche 26 Scorer. Dennoch konnte Jorkaev nie in Deutschland Fuß fassen. Spätestens nach seinem Streit mit dem damaligen Trainer Andreas Brehme war für ihn das Kapitel FCK beendet. Nach dem Verlust seines Stammplatzes und vielen lustlosen Auftritten wechselte er im Jahr 2002 zu den Bolden Wanderers auf die Insel. Als der Verein im gleichen Jahr in finanzielle Schwierigkeiten geriet, kamen auch Zahlen zu Jorkaevs Vertrag ans Licht. So soll der Franzose ein Nettojahresgehalt von etwa 2,5 Millionen Mark bekommen haben. Mit Gregory Vignal kommen wir zum Spieler mit den wenigsten Einsätzen. Der Franzose, der sogar 11 Spiele für den FC Liverpool absolvierte, wurde für ein halbes Jahr vom RC Lors ausgeliehen und kam in 9 Spielen auf 4 Scorer. Zwei Vorlagen lieferte er tatsächlich auch bei meinem ersten Spiel auf dem Betze im Jahr 2007. Ab dem 27. Spieltag kam er aber nicht mehr zum Einsatz und verließ den Verein zum Saisonende wieder. Kommen wir zum letzten Franzosen Mathieu Bédard. Der Innenverteidiger stieg in seiner ersten Saison bei den Roten Teufel aus der Bundesliga ab, war aber in seinen knapp zweieinhalb Jahren unangefochtener Stammspieler und in der zweiten Liga auch Kapitän. Den Wiederaufstieg schaffte er nicht mit dem FCK, da er nach dem Herzschlagfinale 2008 den Verein in Richtung 1860 München verließ. Die Spieler Anta Yahia, Chadli Amri, Ismail Bouzid und Karim Matmour wurden zwar alle in Frankreich geboren und lernten dort auch das Fußball spielen, jedoch liefen alle am Ende für die algerische Nationalmannschaft auf. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und abonnier den Kanal.